Ahaaaah Ahaaaaah Dann bringen wir den Ocho oder Ucho mal hier Deine Mokokel Kokelokel Hokelbokel Hier Du Wurst Ja Jetzt fehlt noch das Meda.. Medaillon Oh jetzt so leckeres Schweinemedaillon Mhmmm Oh ich hab Hunger Isst doch 1 Viertel von 4 Morgens So Tja Jetzt ist ja auch alles gut und schön hier mit dem Zahnrad Aber Wo krieg ich denn jetzt das andere Zahnrad her? Was ist das da? Warum glänzt das da oben so? Ich würde das gerne da einsetzen, aber das geht leider nicht Hier kommen wir auch nicht mehr Mhmmm ist nicht wahr Neues Okay Gut Wimmelwildchen So Wir müssen dich zur Seite schieben Alles ganz normale Gegenstände Petrileum Lampé Chanchélin Augén Klappé Streitkolbin Fischkeré Da haben wir sie schon Schleuder Die kenn ich vor allem von eben alles noch gesehen Haha Verlust mich Äh Die Auge Klappé Die Glocke Haha Ja Der Turumi Äh Dann Dann Die 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 Lampé Hill Millé Halsband Tja Dürfte jetzt nicht so schwer zu finden sein Guck mal hier Guck mal hier Michelle Komische Stein Ding an der Wand Und dann müssen wir jetzt hier noch hoch Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ne Okay Äh Das Ventilrad Dölle Kommt das vielleicht hier unten ran Ich hab noch nie gehört, aber na gut Boah, Alter Auch wenn es ein Skelett ist und keine Augen halten, aber das ist echt ein böser Blick Danke Kein Problem, Bro Du hast auch keine Eis mehr Mal davon abgesehen, dass du immer noch äh gefangen bist Ja Also, der ist immer noch gefangen Kann sowieso nirgendwo anders hin, weil er sonst gelehrt Aber ganz ehrlich Pfff Wow Jetzt hängt der da oben trotzdem noch fest Das ist sehr treu Das ist echt treu Und der Arme, tut mir leid Mom, ich hoffe, dass wir bald von hier rauskommen können Vielleicht kann ich einen Weg finden, wenn ich in dem Palast bin Mhm Halsschmerzen 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 So Und damit gehen wir jetzt ins Amtszimmer Ich geh mal davon aus, dass wir dann dafür das andere Ding hier kriegen vielleicht Schmerzen So Und dann haben wir schon wieder fast alle Karten fertig So Ja Ja Was Was? Was war das denn jetzt? Vertausche Vertausche nach und nach die losen Objekte Hä? Ich dachte, das muss da rein Oh, das geht mal auf dieses bum 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 Geht mir auf den Sack 7 muss ich noch machen Kann man das jetzt Oh Water Kommt das hier mit hin? Was ist das? Huch Der Mond Der Mond Warum auch immer Yippie Juhu 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 Ganz andere Form gewesen, aber scheißegal Äh Das Herz Achso Okay Kommt vielleicht am Ende da rein Und das Wasser Muss dann da hin Tü 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 Geschafft Das haben wir gebraucht Ich weiß auch schon wo das hin muss Der Wiedscher hat um Manny den Rest seiner Tage in dem Minen verbannt Ohne ihn wird es uns niemals gelingen das Mädchen aufzuwecken Das bedeutet Tü 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 Der ist nicht verbannt Trotzdem kann noch Manny rumlaufen Interessant Und dann haben wir hier noch so eine Fleischkeule Damit kann er uns auf die Moppe hauen Oder wir ihm Auf den nackten Hintern Oh Gott, jetzt ist sie weg. Jetzt hat er die innerhalb von zwei Minuten abgeholt und mitgenommen. Und wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich... Und er ist wahrscheinlich so schnell mit ihr gewesen. So in einer Sekunde... Ah, da sind sie noch. Sitzen wir ganz flott. Egal, ich gehe hinterher. Okay, danke. Tschüss. Oh, wie schwer. Ich frage mich gerade, wenn das auf Schwierigkeitsgrad ganz schwer gewesen wäre. Ja? Ob das dann auch so Lulli wäre. Ich glaube, das nächste Wimbelspiel ist vielleicht mal auch schwer. Ich weiß es noch nicht. Es ist noch nicht... Seine Magd, die nicht für ihn arbeiten will. Guck mal, da geht es sogar freiwillig mit. Ist ja lustig. Na ja, gut. Eben vielleicht genau aus dem Grund. Weil er es nicht haben kann, dass andere glücklich sind oder eher nicht. Hier, ein Fragezeichen. Die... Die... Die Kondel hängt ganz schief. Damit fahre ich keinen Flug. Dann machst du doch gerade. Oh. Okay. Ah, ich weiß schon. Was ist das denn? Ja, es ist das berühmte Kugelfisch-Chameleon. Ein Kugel-Lillion. Wer kennt es nicht? Ähhhhh... Lass mich raten, hier fehlen Teile. Ja. Gut. Kann man uns aber irgendwas angucken. Guck mal, hier ist das ein... Guck mal, hier ist das ein... Guck mal, hier ist das ein... E-Sequelet. Und da nicht mehr. Nein, das ist manchmal... Ich weiß nicht. Was ist das? Leim. Und Flicken. Hm. Mhm. Ja, ich mach zuerst den Leim dran. Mein Gott. Kind. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was denn noch? Möchte ich das Ding hier vielleicht dran machen. Hm. Okay. Also fehlt hier noch. Hm. Ja. Zack, da haben wir das nächste von den beiden Dingern. Kommt hier vielleicht das Ding rein? Nein. Okay. Ja, ich mach... Ich lass mir anders einfallen. Gott. Kommt da jetzt... Wenn der jetzt da reinpasst, ne? Gut. Und jetzt? Okay. Hier liegen Schrauben. Kann man die eigentlich mitnehmen? Nee. Okay. Ich frage mich, ob dieser Luftschirm auch zu einer Erfindung von Marley's gehört. Ja, gut. Dann müssen wir das eigentlich hier mitmachen, sodass die beiden Teile da rein müssen wahrscheinlich, ne? Ja. Mini-Spiel. Hurra. Stelle mit Hilfe der kleinen Zahnräder eine Verbindung zwischen den großen Zahnrädern links und rechts her. Okay. Hm. Hä? Hä? Wie kann ich die bewegen? Hallo? Ich hab keine Ahnung, wie ich die bewegen kann. Ich hab echt gerade keine Ahnung, wie ich die bewegen kann. Ich hab echt gerade keine Ahnung, wie ich die bewegen kann. Oh. So, okay. Ah, die sind fest. Okay. Ich fersattehe. Ach, manchmal ist es doch zu einfach. Ein Labor sieht ein bisschen aus wie 50.000 Meilen unter dem Meer, aber cool. Diese Maschinen sind wirklich kompliziert und Marley muss ein wahres Genie sein. Also, sie kommt aus der Zeit, wo es schon Autos und sowas gibt, ne? Und die basteln hier mit dem ganzen Oldschool-Kram rum und, äh, hier, ne? Uralte Flugmaschinen, die wahrscheinlich nicht funktionieren und weiß ich nicht, aber das ist natürlich auf jeden Fall... O'Malley ist ein Genie. Es ist unfassbar. Kann man das mitnehmen? Ah, das ist O'Malley. Herr Rekord, Miss Kalin. Oh, ein wirksame Inkrad-Fernichter herzustellen. Oh Gott, O'Malley ist ein Genie. Unkrautvernichter. Gut, es ist... Ohne was... Ohne sich damit auszukennen, ist es vielleicht schwierig, aber... Dennoch, ähm... Ja. Vielleicht sollten ihr ab und zu mal ihre Insel verlassen. Erforderliche Schritte intensivieren. Aber bei Inkrad, das Blut mit dem Mikroskop betrachten, die Zellen sortieren, das Mikroskop wird... Die Essenzen von alleine herstellen. Alles klar. So funktioniert es also heutzutage. Äh... Oh je. Äh... Oh, guck mal. Verschiedene Cashewkerne. Oh, jetzt ein paar Cashewkerne gesalzen. Hm. Ja. Gut. Kann man irgendwas machen? Ne. Was haben wir hier? Neuer Kristallbildschirm. Wieder im Eishaus. Ja, ob doch das funktioniert. Hm. Oh Leute, ich werd langsam müd. Und irgendwie... Ich bin fertig. Egal wie die auch nacheinander, diese Burgerpflanzen hier. Guck mal die Hand rein. Au, 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 au. Mein Finger abgebissen und ich streichle die trotzdem ganz zärtend. Ähm. Ich werd langsam müde. Äh. 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 Okay. Ich war ne Aufnahmepause. Es tut mir leid. Entschuldigung. So. Oh, das war schwer. Äh. 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 Was ist das ne Taste? Die müssen wir bestimmt hier einfügen. Die müssen wir bestimmt hier einfügen. Aber es fehlt bestimmt noch eine. Auf der Stelle vielleicht fehlen ein paar Tasten. Es fehlt nur noch eine. Guck hin. Mann. Gut. Was haben wir hier? Muss der Kristall vielleicht da rein? Ne. Ah. Guck mal. Da. Und jetzt Bild, Videocu- Ja, rede weiter, ich höre dich zwar nicht, aber egal Alexi, wo geht das hin? Welchen Magen denn? Du hast doch keinen Muss ich mir das aufschreiben Und das ist dann gleich noch da, ich gucke mal Bei ihm gucken, bei ihm gucken, bei ihm gucken Ist noch da So, der sagt ja gerade, dass die Toten wiederbelebt Und das sagt ja gerade, ja, stattdessen bekomme ich meinen Körper wieder Kann aber dennoch nicht sterben Also will er jetzt wiederbelebt werden oder will er jetzt sterben? Das ist etwas Kompliziert Oh Gott, hab ich so viele Seiten noch nicht gelesen Oh Gott Okay, das hatten wir Das haben wir schon Ne, das hatten wir noch nicht Um die Minen zu finden, brauche ich eine Karte, die mir den Rest der Insel zeige Ich darf mir auf keinen Fall verlaufen Ja, hatten wir doch schon Die wir schon seit Kolbritzen in der Festung gewartet Ich muss unbedingt nachsehen, ob sie in Ordnung ist Obwohl es mir eigentlich scheißegal ist Denn ich bin sowieso die Schöne, aber Mhm Oh, Mally ist davon überzeugt, dass seine Elixier funktioniert Aber wird es auch beim Mädchen die gewünschte Wirkung haben? Ja, was macht das denn jetzt, ey? Das ist doch echt Also, mal macht das, mal macht das Ja, gut Brauche ich, wie komme ich da ran? Haben wir hier woher uns von den Kristallien packen können? Nee Oh, dieses Boom, Boom Oh, das ist so Oh, ich kann mich auch kaum noch konzentrieren Ich bin echt ein bisschen müde Was haben wir hier? Bei meiner Arbeit an dem Videobelebnis-Elixier Habe ich versehentlich ein ziemlich aggressives Imkrad geschaffen Dass sich nun über die gesamte Insel zu verbreiten scheint Ja, das ist gut zu wissen Schön ist das Also, ist er jetzt Forscher oder ist er jetzt in den Mienen? Oh, Leute, tut mir leid Ich bin gerade ein bisschen Ach, guck mal hier Ah, zack, jetzt habe ich keine Items mehr Jetzt geht's Auf Auf, auf Und ein Zettel, der extra für mich wahrscheinlich geschrieben wurde Die Vorräte Ich muss ein bisschen näher ran Die Vorräte Werden mit dem Kran transportiert Sollte die Tür verschlossen sein Bitte den Ersatzschlüssel benutzen Sein Versteck Ist mit einem Toten Band Gekennzeichnet Roten Band Gekennzeichnet Ja Okay Da ist aber das Mo Das sieht wie ein Band aus Dann nimm es doch Ja, ganz ehrlich Mo, das kannst du doch zur Seite schieben, oder? Die Kraft wirst du doch in seinen Würmchenärmchen noch gerade so haben Boah, ist das traurig Kann ich Kurbel da dran machen? Jupp Kann ich das rausnehmen? Ne Haa Kurbel, Kurbel Der ist kaputt Ich muss reparieren, oder? Der Kran muss repariert werden Natürlich muss er das Die Sprungfeder ist kaputt Ja, dann steckt dein Kopf da rein Hier geht's auch nicht weiter, ne? Ne Ach, Leute Schlimme ist, ich hab keinerlei Items Keine Ja Man soll jetzt hier den Kran reparieren Ja, ich weiß, die Sprung hier akut ist Aber ich hab keine Items, die dir zu helfen Haben wir was im Tagebuch stehen? Nein, haben wir nicht Hm Kann man hier auch irgendwas machen? Ne Wir müssen wahrscheinlich auf jeden Fall da Oh Hallo, Markt Ja Das Nest einer Elster Das an einem Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum sie eine Feder hat Ähm, war es natürlich direkt am Fenster Von Häusern Hm Wer kennt das nicht? Wer hat nicht auch Elsternester an Häusern? Ja Kommt der denn jetzt? Noch ein Toter? Ne Noch eine Pflanze Die muss ja schon, um irgendwas rumzukauen Aber es ist ein Stück von einem Wasserhahn Oh, die letzte Dingsbums Danke, dass du es mir gegeben hast Ich würde eher sagen, die kaut auf dem Seestern rum Warum auch immer man den Seestern im Mund hat Naja, gut Lassen wir das Gehen wir erstmal zurück Ins Laboratorium Bauen wir den Knöpken da ein Jo Mach mal Jo Jo So, jetzt sind das aber sechs Dinger Und hier ist der Code T Irgendwas anderes Und irgendwas anderes So Okay Ne, achso Ach, Quatsch Entschuldigung Ja, das ist nicht richtig Ich weiß T Bum Ding Na bitte Vielen Dank Das werden wir gleich rausfinden Jetzt nehmen wir den Dich Tächten Ja, komm In das Pferdegesicht erstmal rein Ähm Die war doch vorher schon ein Geist Was, wo ist du? Nein Die ist krank Die ist krank Die braucht wahrscheinlich eher Medizin Wo zeigt sie mir denn hin? Okay, pass auf Das sagt uns wahrscheinlich das Tagebuch Oder auch nicht Komm, wir gehen auf die Aufgaben hier Damit sie nicht rummülpern können Sie zeigt auf irgendwas Dann will sie mir etwas zeigen Aber was? Ich da hin? Ist sie jetzt vielleicht da? Nein, die ist doch eben auch schon ein Geist gewesen Dann könnte sie doch wenigstens eben mitkommen Okay, sie zeigt auf irgendwas Aber Ich würde sagen Ich mache jetzt immer eine kleine Aufnahmepause Und bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin Wenn ihr es soweit geschafft habt Und äh Ja Wir sehen uns in der nächsten Folge Von Nightmares from the Deep 3 Davy Jones Vielen Dank fürs Zuschauen Hunnelney Eganer Tschaußen Und viel Spaß noch Schönes Wochenende Und schöne Woche Wie auch immer Tschau